Ja, hallo ihr Lieben. Ich sag mal guten Morgen ihr Lieben, weil das Video werde ich morgen am Sonntag um 8 Uhr wahrscheinlich online stellen. Wir haben aber jetzt Samstagabend 19 Uhr und ich habe jetzt den ganzen Nachmittag, also beziehungsweise seit heute Mittag, ich glaube, wann habe ich angefangen? Um halb eins, eins, so die Ecke, habe ich jetzt, ja, also fast durchgehend, ich sag mal zwischendurch habe ich auch noch mal was gegessen und getrunken und ein bisschen was gemacht, aber ich habe jetzt wirklich also den halben Nachmittag hier verbracht und habe aus dem dritten Platz das Journal gemacht und das sind jetzt die ganzen Sachen, die ich halt als dritten Platz bei meiner 2000-Abonnenten-Verlosung hätte verlosen wollen, aber der Gewinner hat sich nicht gemeldet und dann habe ich ja gesagt, ich mache aus diesen ganzen Sachen ein Journal und verlos das dann. Das ist jetzt daraus geworden. Es ist sogar noch nicht ganz, es ist noch ein bisschen feucht, der Kleber an den Rändern. Also es ist ganz frisch, ja, geboren heute sozusagen und ja, das ist jetzt ziemlich einfach gemacht. Also das Innenleben ist jetzt nicht großartig gestaltet, weil das geht ja nicht so schnell, das ist klar. Aber ich habe jetzt halt die Cover gemacht. Ich zeige es euch mal schnell. Ihr könnt dann dieses Journal jetzt gewinnen. Ihr lasst wie immer einfach nur einen Kommentar hier unter diesem Video da und dann werde ich wieder eine Verlosung gestalten. Mal sehen, wie ich das dann mache, ob ich das wieder so mache, wie ich es jetzt gemacht hatte oder ob ich einfach vielleicht einen Lostopf mache und das aufschreibe und mal gucken, wie viele Leute überhaupt auch mitmachen und wer mitmacht und so weiter. Das entscheide ich dann einfach irgendwann. Ich denke mal, dass wir das mal jetzt so, ja, heute ist dann ja Sonntag, der vierte, zweite. Ich werde das wahrscheinlich bis nächste Woche Sonntag 0 Uhr oder so dann laufen lassen und Montagmorgen oder wie ich Zeit habe, werde ich dann die Verlosung gestalten. Genau, so. Genau, wer das jetzt gerne haben möchte, also wer das wirklich haben möchte, macht bitte mit. Ansonsten lasst es einfach sein, weil es ist ja dann auch unfair, finde ich. Also dann sollte man einfach nicht mitmachen. Oder zumindest kann man ja wenigstens Bescheid sagen, dass man den Preis nicht haben möchte. Dann könnte man den irgendwie weitergeben an den Nächsten oder wie auch immer. Also das fände ich schon sehr nett und nur mal so am Rande. Also ich mache das halt einfach nur aus, also ich möchte euch das einfach nur, ich möchte euch einfach nur was Gutes tun, sage ich mal, weil ihr mich ja abonniert habt und so lieb schreibt. Und das ist ja einfach nur ein kleines Dankeschön, ich möchte das keinem aufzwingen. Oder das hört sich jetzt irgendwie so an, als wenn ich das unbedingt los wäre. Nee, es ist einfach nur mal halt ein Dankeschön an jemanden, der halt das gerne hätte. So, ich kann es auch behalten. Also so ist es nicht. Ich finde es selber auch ganz schön und so. Aber nun ja, so macht man das halt bei YouTube, denke ich mal. Vielleicht nicht jeder, aber viele, die ich auch schon selber gucke, die machen hin und wieder so Dinge halt, verlosen was. Und ja, so macht man das nun mal, finde ich. Ja, genau. Also ich habe das jetzt aus diesem dritten, es ist noch etwas übrig. Das werde ich dann dabei geben, wenn man möchte. Da sind noch ein paar Sachen übrig geblieben. Hier ein bisschen spitze und auch, das ist halt noch so ein bisschen, um das da rein zu gestalten. Das könnt ihr dann, das kann die Person dann wieder selber machen. Ist jetzt nicht mehr so viel übrig geblieben, aber ein bisschen ist noch da. Und genau. So, dann habe ich das hier so gestaltet. Ich habe das wieder so gebunden, wie die letzten beiden, die ich gemacht habe. Das sollte eigentlich zuerst das vordere Cover werden. Aber dann habe ich mich doch nochmal kurzfristig umentschieden und habe das jetzt als Enddeckel, als Endcover gemacht. Weil irgendwie hat es mir dann, irgendwie hat es mir das so, hat mir das so besser gefallen. So, genau. Es ist, ja, die ganze Spitze habe ich da rein gemacht und so. Also, wie gesagt, es ist innen drin noch nicht gestaltet. Es sind einfach auch viele leere Seiten, ne. Aber das ist ja auch vielleicht schön für die Person, dass ihr das dann selber machen könnt. Hier habe ich dann so ein bisschen alles da beklebt. Die Tags und so, das habe ich auch, das war dann, das wäre dann da so bei gewesen, auch an Papieren, ne. Ja, und dann habe ich halt hier einfach so Papiere zusammengestellt. Hier sind auch noch ein paar Tags bei. Ja, und der Rest ist halt einfach hier kaffeegefärbtes Papier und ein bisschen Rost, ja, ein bisschen arch-grungy und so auch. Also, das muss euch also schon gefallen, ne. Wer das dann nicht mag, bitte dann nicht mitmachen und so weiter. Ja, aber es, zur Not kann man das auch wieder rausmachen oder so, wenn ihr euch das dann gar nicht gefällt oder was, ne. Ja, und das ist dann die Rückseite noch. Hier sind auch noch ein bisschen, ein paar Sachen drin. Ja, und das ist dann so das Journal. Gut, das habe ich jetzt halt einfach aus den ganzen Sachen nur gemacht, die ich halt hier als dritten Platz hatte. Und, äh, das habe ich versucht, alles aufzubrauchen. Genau. Und, ähm, das wäre also jetzt nochmal so eine kleine Zugabe dann. Äh, und wer das gerne hätte, der, wie gesagt, bitte schreibt einfach einen kleinen Kommentar. Auf den antworte ich dann natürlich nicht, sondern, ähm, ne, ich, sonst wäre ich ja eventuell mit in dem Lostopf drin. Deswegen mache ich dann irgendwann nur so ein Herzchen. Danke, Herzchen. Und, ähm, genau. Ich werde dann nächste Woche diese Verlosung dann nochmal gestalten. Wie gesagt, das kommt dann auch noch dabei. Vielleicht mal gucken, wie er das dann gewinnt und wir können mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht, ähm, habe ich dann noch ein paar Sachen oder so, die ich da beitue. Mal sehen dann, ne. Genau. Ja, ihr Lieben, oder, ja, ja, genau, ihr Lieben. Ähm, das wäre das, was ich noch sagen wollte. Und, ähm, ja, wenn ihr Lust habt, macht mit. Ich drücke die Däumchen wieder und hoffe, dass diesmal, dass es dann klappt. Ja, und, ähm, Dankeschön fürs Zuschauen und alles und wir sehen uns. Tschüss.